Hi, ihr seid bei Kauskans, ihr seid bei Angie und jetzt gibt es eine kleine Latino-Session. Wenn du willst, komm einfach mit. Ja, wir starten mit Musik. Hüftbreiter Stand, Hüfte rechts, links. Erstmal nur bewegen. Arme mit. Einfach mal das Gefühl kriegen für die Hüfte. Rechts und links. Yes. Achtung. Tipp, Tipp, Tipp. Yes. Nochmal. Yes. Noch vier, drei, zwei. Die Fußspitze, Tipp vorne. Tipp, Tipp. Nimm das Becken ein bisschen nach vorne. Zeig das mal seitlich. Und wenn du das hast, nehmen wir die Arme. Rechts und links. Yes. Noch mal, noch mal. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Eins. Und wir gehen. Beine weich. Noch ein bisschen lauter. So, wir haben schon den Chip nach vorne. Jetzt kommt er zur Seite. Guck mal. Seit. Seit. Chip. Chip. Hab die Hüfte wieder dazu. Arme. Rechts und links. Also für mich sieht's gut aus. Jep. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Und wieder gehen. Beide Schritte zusammen. Vorne tippen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zur Seite. Arme gehen mit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Raus. Noch mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Raus. Letzte Mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Raus. Und wieder gehen. Ein Schritt, den ihr alle kennt. Ein Mambo. Rechte Bein. Guck mal. Vorne. Hinten. Vorne. Hinten. Zeig lieber seitlich. Vorne. Hinten. Jep. Und wenn du die Hüfte mitnimmst, wird's besser. So rechts vor, rechts rück. Arme nehmen wir mit. Jep. Jep. Sehr wohl. Das sieht gut aus. Wir haben noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und die letzte. Marschieren. Hinten. Hinten. Der Buchstabel V. Kennst du. Guck mal. Vor. Vor. Rück. Und. Vor. Vor. Tempo. Mit mir. Vor. Vor. Rück. Rück. Arme. Hinterkopf. Hüfte. Sehr gut. Noch mal. Noch mal. Yeah. Marschieren. Wuhu. Also mir hat das gut gefallen. Setzen wir zusammen. Mambo. Faust. Rechte Bein. Wir probieren. Vier. Drei. Zwei. Mambo. Faust. Komm mit. Mambo. Faust. Mambo. Mambo. Faust. Ein noch. Faust. Und gehen. Linke Bein. Linke Bein. Mambo links. Ready. Komm mit. Vorne. Hinten. Vorne. Hinten. Arme gehen wieder mit. Ja. So. Links führt. Die letzte. Vier. Drei noch. Zwei noch. Letzte Mal. Faust. Links. Rechts. Links. Probieren. Links. Komm. Links. Rechts. Nochmal. Links. Rechts. Links. Rechts. Mach den Letzchen. Und gehen. Huhu. Ander Bein. Zusammen wieder. Ein Mambo. Ein Faust. Los geht's. Mambo. Faust. Mambo. Faust. Komm mit. Faust. Nochmal. Gleich haben wir's. Here we go. Und. Letzte. Und gehen. Wir gehen zurück. Rechte Bein. Du hast Mambo. Faust. Mal gucken, ob's klappt, ne? Mambo. Faust. Noch eins. Mambo. Faust. Guck mal. Links. Faust. Links. Rechte Bein. Mambo. Du musst einfach nur die Beine schließen. Dann kannst du gut wechseln. So, einmal rechts und mal links. Komm. Mambo. Faust. Schließen. Nochmal. Rechts. Rechte Bein. Und nochmal links. Jetzt. Und gehen. So, ich hoffe, du weißt den Anfang noch. Vier vor. Vier seit. Ja? Und dann kommt der neue Teil. Mach auf auf. Erste vier Schritte vorne. Ready? Los geht's. Eins. Zwei. Drei. Seit. Nochmal. Und seit. Achtung. Mambo. Faust. Linke Bein. Noch von rechts. Yes. Und links. So alles, ne? From the top. Woohoo. Set. Mambo. Faust. Links, links. Noch ein. Woohoo. Relax. Und gehen. Haben wir noch einen schönen Abschluss? So, Achtung schauen. In der Hüfte. Beine leicht beöffnen. Ganz einfach. Rechts und links. Wenn du das hast, gehst du hoch. Mitte. Unten. Beine öffnen. Achtung. Du gehst oben, oben, tief, tief, oben, oben, tief, tief. Nochmal. Gleich hast du es. Letzte. Und gehen. So, haben wir noch eine Runde nach? Finale. Alles. Blonde top. Vier. Drei. Zwei. Vorne. Und. Zwei. Drei. Seit. Achtung. Mambo rechts. Blau rechts. Links, Mambo. Mambo links. Öffnen. Vier. Drei. Achtung. Oben, unten. Und. Und. Geh links. Alles. Was? Linke Bein. Oh mein Gott. Wir probieren. Hier. Drei. From the top. So, linke Bein ist führend. Links, Mambo vor. Paussep. Echte Bein. Links. Fünf. Sechs. Sieben. Oben, oben, unten. Und gehen rein. Huh. So länger ich tanze, umso mehr kriege ich gute Laune. Okay, aber ich muss schon wieder den Puls runterholen. Zeit, rennt. Felsen. Felsen. So, schieb den Pupu ein bisschen weg. Noch vier. Drei noch. Zwei noch. Rechte Bein nach vorne. Pupu raus. Vielleicht kommst du sogar runter. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Arm raus. Und zurückkommen. Aufruhen. Wechseln. Pupu raus. Vielleicht. Kommst du runter. Aufmachen. Und zurückkommen. Jetzt nur noch. Öffnen. Absenken. Einatmen. Absenken. Beine ein bisschen mehr zusammen. Wir fallen zusammen. Fort. Noch einmal. Letzte davon. Jetzt nur noch lächeln. Und dann hast du es geschafft. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei Chaos Guns. Bei Angie. Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder.